Willkommen zur letzten Co-op Soap Opera Session auf dem Play Festival. Es ist der letzte Tag. Der letzte Tag und die letzte Session. Heute etwas früher als gewohnt. Wir schließen ja heute auch früher als an den letzten Tagen, weil wir sind nachher um 18 Uhr dann dabei, die Ausstellung einzupacken. Somit habt ihr noch zwei Stunden hier auf unserem wunderschönen Gelände. Genau. Wir werden in dieser einen Stunde mit euch jetzt gleich ein Spiel zusammenspielen, was wir aber vorher selber noch so ein bisschen bauen müssen. Wir haben AI Dungeon mitgebracht. Wir werden gleich eine Welt basteln und dann einfach mal gucken, wie wir uns so schlagen. Wir werden euch einfach fragen, was wir tun können, denn es ist unendlich in den kreativen Möglichkeiten. Bevor wir aber damit anfangen, hier sind auch ganz viele neue Gesichter und auch ein paar sehr vertraute Gesichter. Wir sollten uns einmal kurz vorstellen. Wer bist du? Ich bin Matt und mit Rahel zusammen mache ich die Ausstellung. Ich bin Rahel und mit Matt zusammen mache ich die Ausstellung. Das haben wir uns jetzt richtig schön eingegroovt hier im Laufe der Woche. Sehr schön. Genau. Ich habe glaube ich nicht so wirklich Erfahrung mit AI Dungeon. Also ich kenne mich schon mit KI aus, aber irgendwie hier, ich weiß nicht, das ist auch immer so ein Ding, das macht im Livestream gucken richtig Spaß, glaube ich. Aber wenn man es dann im Nachhinein guckt und nicht mit dabei war, dann ist es glaube ich nicht ganz so spannend. Von daher freue ich mich, dass wir das alle zusammen hier machen können. Und ja, mal so schauen, was die künstliche Intelligenz sich so für lustige Dinge ausdenkt. Das heißt, wir haben hier ein wirklich super duper duper interaktives Format, wo ihr alle herzlichst eingeladen seid, dann auch Input zu geben. Und weil wir also willkommenen unsere Zuschauer anbieter zu Hause werden, ich werde auf Englisch verwenden. Das ist auch ein Englisch-Games, also in das Regarde, alle von euch anbieter und jemanden in der Ausstellung, die primarily spricht Englisch sprechen, haben wir einen Vorteil, weil wir nicht mehr Translaten haben. Aber ja, in case es gibt irgendwelche Misunderstandungen oder was, wir sind, of course, beide able zu Translaten. Okay, so ja, without much further ado, I think we should get started. Ja, lasst uns doch mal auf unseren Screen schauen, den wir hier vorbereitet haben, denn da landen wir genau auf dem AI-Dungeon. Oh, that looks fancy now. Es sieht jetzt schon fancy aus, in der Tat, das stimmt. Also, for everyone at home, but I just mentioned who is watching us on Twitch. We do have the Twitch chat open, you can write us in English or German, we will see, and we will take it into account, but as per usual, please do expect some delays, so we might add in something later, if it ends up being necessary. So, just as a heads up for everyone, but you are also good at participating today, that we don't want to miss out on that. Korrekt, so. Do you want to say that in German as well, just for like... Ach, verdammt, ich habe mich innerlich schon auf den nächsten Part vorbereitet. Also, für diejenigen zu Hause, die zuschauen und die bei Twitch da sind, schreibt gerne euren Input auch bei Twitch mit rein. Wir beziehen das damit ein, aber es gibt auch immer eine Verzögerung. Das heißt, es kann sein, dass die Sachen, die wir dann einfügen, erst später eingefügt werden können. Richtig, richtig. Gut. AI Dungeon ist eine Webseite, die man einfach so aufrufen kann und theoretisch könnte man ziemlich viele Abenteuer, die es bereits gibt, auswählen. Also, das heißt, eher mehr so Welten mit einer Idee am Anfang, wo es hingeht, ist ja dann den Spielenden überlassen. Wir wollen aber eine neue Welt starten, würde ich sagen. That sounds very good. Ja, wir haben... Für diejenigen, die zu den Exhibitionen haben, und die Anerkennung haben, auch die Programme-Programme-Programme-Programme-Programme-Programme-Programme, Artificial Intelligence ist ein großer Teil, nicht nur in die generalen Medien-Diskussion, aber auch hier. Wir haben viele Workshops, wo die Menschen können ihre eigenen Abenteuerung mit AI-Programme-Programme, und wir haben zwei Spiele, die in den Kontrollen der Spielverlösen, die in den Kontrollen des Spielverlösen. So, we are at the very last day of the festival, on the very last day of the festival, we are hitting the target right there. Genau. Und wir machen eine komplett neue leere Welt. AI ist ja in der Ausstellung überall so ein bisschen Mitvertretende, und deswegen sollte das hier auch nochmal sein Spot annehmen. Wir müssen von euch wissen, um die Geschichte starten zu können, was ist ein Charakter, den wir vielleicht spielen? Hat er einen Job, irgendwie eine Aufgabe, was auch immer, und in welcher Welt findet das Ganze statt? Und sowohl im Chat als auch hier, ruft einfach ein paar Dinge rein, wir sammeln einfach erstmal alles, was es so gibt. Ja, das ist wirklich gut. Eine der Ausstellung von der Zuschauer war, was jetzt ein Plummer in ein Mushroom Kingdom, was ich denke, das wird uns in eine gewisse Brand-Programme, glaube ich. Wir müssen sicher, dass er nicht Italien ist. Ich denke, das wird gut sein. Ich höre, dass Nintendo ist ziemlich schwer für ihre Copyright infringement, aber ich denke, das wird gut sein. Und ich bin nicht Italien, bitte, das wird gut sein. Okay, sicher. Oh, Switzerland, ich sehe. Ich meine, aber das ist auch ein bisschen schwierig. Er ist Tirol, ich denke, das ist eine schwierige Sache. Vielleicht sollte man in Frankreich sein. Okay. Und dann wird immer sagen, mon Dieu! Das wäre relativ spannend, wie das die KI überhaupt aufnimmt. Also die Dialekte kann oder so. We'll see ya. Okay, wir wissen jetzt ganz grob, wer wir sind, aber wie sieht diese Welt aus? Was gibt es da vielleicht für ein Problem? Bitte? Ich verstehe das nicht. Ja, wir müssen irgendwas aufnehmen. Tolika, kannst du hierher kommen und... No, just like up here, so we can hear it. We can't hear it. You don't need to come on camera, don't worry. Oh, yes. Wo sollen die hin? We can see blue triangles. Okay. The blue triangles have been a running gag across this festival week. They've been part of our Smasher Pass dating show. They are obviously the protagonists in Marble Maze, our installation here, so... Yes. Nice. Das klingt auch gut. Also, mysteriöse blaue Dreiecke sind in der Luft. Eins davon ist vor unserem Haus gelandet. Let's go. Reicht das schon? Okay. Ich denke so. Schauen wir mal, was passiert. Puh, ist das spannend. Die KI denkt jetzt nach und wir bekommen etwas zurück. As you approach... Das ist dein Wort, ne? As you approach the mysterious blue triangle... No, wait. I'll start from beginning. I'm a plumber in a mushroom kingdom from France. There are mysterious blue triangles in the sky. One just landed in front of our house. As you approach the mysterious blue triangle, you notice that it has a pulsating energy emanating from it and you can feel the ground shaking beneath your feet. Scary. Ja, das ist natürlich sehr merkwürdig. Also, es ist halt einfach nur so eine Form, die wir wahrnehmen, die da vor dem Haus gelandet ist und alles pulsiert jetzt so ein bisschen. Aber was tun wir als nächstes? Was machen wir? Wir stehen jetzt vor so diesem blauen Dreieck. Was können wir tun? Okay, so we have a call for a licking. I feel like we should also bring in the mushrooms one more time because I don't want them to forget that we are in the mushroom kingdom. So, I like... Wie kriegen wir die Mushrooms da jetzt noch mit rein? Maybe we were busy making a mushroom stir fry. Und den haben wir noch dabei oder so? Maybe. Maybe. Or, yeah. How about... Also, you were like, we've got... Ah, we've got you and now we are we. Ja, das ist gefährlich. Ich sage immer wir, wenn wir hier sind, weil wir diesen einen Charakter spielen. Aber für die Kaisen sind wir natürlich ein. Do you want me to type? Ja, 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 geht schon. So, mushroom was stir fry. Mein Englisch ist wesentlich simpler. I can also type, if you want me to. As I start licking the triangle. Das sieht doch viel leckerer aus. Also. Nice. Das sieht doch viel leckerer aus, irgendwie, als dieses Ding, was wir da gerade gekocht haben. Und wir lecken jetzt das blaue Dreieck ab. Das geht schon wieder in eine richtig gute Richtung. Irgendwie, das... Okay, so. The triangle has just landed. I was just cooking a mushroom stir fry and a half is in my hand now. But this looks much more tasty. So, I am gonna lick the triangle. As you taste the mushroom, you notice that it is unlike any mushroom you have ever tasted before. The taste is sweet and earthy, with a hint of spice that makes your tongue tingle. See, our mushroom stir fry has now confused this. Or the triangle is made of mushroom. Maybe it's a mushroom triangle. I would like to see this blue triangle made of mushroom matter. What do you see? I look at the... No, it just said, like, describe the object. It didn't say, like, what you're doing. It was an object description, not an action. Is it? What do you see? Ah. The triangle. Triangle made of mushroom matter. Okay. And it's a blue triangle. You have to be specific. Aber dann legen wir das schon fest, dass es auspilzen ist. Well, I mean, we said, I'm gonna lick the triangle. And then it said, as you taste the mushroom. So this means... Ah, okay. Das können wir so reindeuten. Wir agieren einfach genau wie die KI halt auch. Please also say, it's a blue triangle, because we're gonna get... Ja, es muss blau sein. Das stimmt. Das ist wichtig. Sonst zählt es nicht. To everyone watching at home on Twitch, please do write in your suggestions as well. Es wird nicht das rauskommen, was wir denken. Unser inneres Auge funktioniert besser als das. Well. Wow. Yeah. You weren't lying. Schade. Es kann auch passieren, dass bei manchen Dingen ein Filter... Ja, doch, ein Filter reinkommt und sagt, das ist jetzt nicht mehr familienfreundlich. Also wenn wir irgendwelche Objekte lecken, kann das passieren, schätze ich. Anyway, we have a suggestion from Twitch chat that is just red. So maybe we should bring in some either red mushrooms or red triangles. I think we should do something. We can't just be standing in our garden and lick it. Also wir haben da jetzt dran geleckt. Das schmeckt auf jeden Fall auch nach irgendwie einem Pilz. Was machen wir damit? Maybe the three back there might have an idea. Ja? Habt ihr eine Idee, was wir jetzt machen? Da ist ein blaues Dreieck gelandet vor unserer Tür. Wir haben dran geleckt, weil warum nicht? Und es schmeckt nach Pilz. Das schmeckt nach Pilz. Das klingt doch gut. Ja, es pulsiert ein bisschen, aber ich glaube, das macht nichts, oder? Das ist ein sehr guter Vorschlag im Chat. Wir haben eine magische Suppe produziert. Nicht schlecht, aber der Chat sagt, wir sollten diese auch essen und dann passieren mit uns ein paar Dinge, nämlich wir werden bewusstlos und landen im Schlaraffenland. Ja, so falling unconscious after eating a mysterious interstellar stew sounds plausible. Und dann waking up in, what would Schlaraffenland be in English? Is it like Candyland? Is it like the land of milk and honey? Is it the garden of delights? Garden of earthly delights. Das klingt dramatisch. Ich glaube, das ist das Ding mit AI. Wir haben immer mit AI angefangen und in einem Moment kamen wir mit AI, und in einem Moment kamen wir mit AI, das hat mich komplett verstanden, weil wir jetzt mit AI getrennt werden, die ganze Zeit haben. Schaut. Hab ich auch geschrieben irgendwo? All the way up top. One just landed in front of our house. Ah ja, vielleicht wurden ja mehrere Leute in einem Haus. So, like that's fine, but I always find that quite funny with AI. Okay, was heißt Schlaraffenland auf Englisch? Candyland, just say Candyland. Okay. Gibt es ein Schlaraffenland im Englischen? Doch bestimmt. I can look it up, one second. I want to know now as well. Du musst ja akkurat bleiben, wenn es der Chat sich hier so wünscht. Yeah, no worries, no worries. Okay, ich finde, wir brauchen auch irgendeine Aufgabe jetzt, wo wir da gelandet sind. Vielleicht kommt eine Aufgabe von der AI hier. Okay, I've never heard of that. Google Translate is telling me, Land of Cocaine. I don't think that's right. I don't think that's right. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Wir wachen auf jeden Fall auf, so wie auch Beschriebene. Also das ist ganz gut, dass man immer hin und her bewegen kann, dass man die Geschichte erzählt, aber auch darauf reagiert. Und wir sind nicht einfach nur im Schlaraffenland, sondern anscheinend auch in einem Schloss gelandet, was aus Süßigkeiten gemacht ist. Wir sind immer noch sehr disorientiert und confused. Ja, das kann man auch sagen. Und wir sind uns nicht sicher, wie wir da gelandet sind. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, wir haben halt gegessen, aber nicht genau, warum das passiert ist. Vielleicht müssen wir einen Weg zurückfinden. Vielleicht ist das unsere Aufgabe. See, what I'm thinking is though, we live in the Mushroom Kingdom and there's mushrooms everywhere and this mysterious thing has landed, tasted of mushrooms. Do we even know that there is something out there in this world that isn't mushrooms? Do we maybe want to lick the walls and check if they also taste like mushrooms? Oh Gott. No? Okay, just... Möglich. Ich würde das dem Publikum überlassen, wie weird ihr das gerne haben wollen würdet. Also klar, können wir da die Wände von dem Schloss auch noch ablecken und gucken, ob die nach Pilz schmecken. Aber hilft uns das in unserer Aufgabe, wieder nach Hause zu finden? Was wollt ihr tun? See, but the thing is, if it tastes like mushrooms, then we know we are in the Mushroom Kingdom. Ah, just saying. Das finde ich einen sehr straightforward Vorschlag. Das machen wir doch glatt. Knocking on the door. Mal sehen, wer aufmacht. Ob jemand aufmacht. I still would have liked that wall. Das können wir immer noch machen. Die verschwinden ja nicht. You knock on the door of the castle and the voice calls out from inside. Who goes there? Ah, nun, das ist der Moment, in dem wir mit einer Figur sprechen. Irgendeine unbekannte Stimme fragt, wer wir sind. Wer sind wir? Lauter. Ah, okay. Gut. Gut. Oh, yeah. Marlene, you are right. Land of Milk and Honey. I was also thinking that. Ja, okay. Because I don't know what they're talking about. Ja. A plumber from France, you shout back, hoping that the voice is friendly. The door creaks open, revealing a figure in a candy costume, holding a wand. Oh, das ist interessant, dass die ein Zuckerkostüm anhaben, obwohl alles aus Zucker zu bestehen scheint bisher. I would like to ask them, who they are. Ähm, okay, machen wir einfach das. Ist auch sehr freundlich. Yeah. So, die Tür geht auf, weil, wer bist du denn? What am I doing in your house? Ja, was mache ich eigentlich? I mean, to be fair, we also did not say our name, we just went, we're a plumber from France. Ja. That's like, we're like media folks from Germany. Oh, überlegt der noch? Ich drück noch mal hier auf continue. Warum, warum, also er lächelt uns an, oder die Figur lächelt uns an und sagt. Who are you, you asked the candy figure. The figure smiles and says, I am the wizard of candy and I am pleased to see you. I've heard about the plumber who has stumbled into my land. And I must say, you've brought quite the adventure to my doorstep. Okay. Äh, interessant. Also der Zuckerkönig hat schon von uns gehört, ist überrascht. Der Wizard. Ja, habe ich König gesagt? Quatsch, Wizard. Zauberer. Zauberer. Der Zuckerzauberer. Der Zuckerzauberer. Das klingt richtig gut. Der Zuckerzauberer hat von uns gehört und anscheinend gibt es da so ein bisschen Chaos, was wir verursacht haben. Aber wir wissen nicht genau welches. Wie reagieren wir hier drauf? Wollt ihr irgendwas sagen zu dem Zuckerzauberer? Der Zuckerzauberer, guckt euch an, wie er ihr überlegt. Oh, that's a good, that's a good thought. Um, the audience has just said maybe the Wizard of Candy knows where the triangles came from. Ah, yeah. Do you know where the blue triangles come from? Full circle indeed. But this is also great. Like, one day you open your door, someone is just knocked. You're like, hello, who are you? Like, who goes there? And Ben? And Ben's like, oh, a plumber? Okay. And Ben's like, ah, I'm the Wizard. And Ben's like, oh, do you know where the blue triangles come from? Very normal conversation. Ah, er überlegt auf jeden Fall. Aber Chuckle ist so hier, weiß ich nicht so richtig. Oder so ein leichtes, ja. The blue triangles are part of the mystery of the candy kingdom. Some say they come from a deep part of a forest, while others believe they are a gift from the candy queen herself. Oh, oh mein Gott. So viele spannende Geschichten, die man jetzt lostreten könnte, probieren wir immer noch nach Hause zu finden? Oder ist unser Weg nach Hause vielleicht die Lösung des Rätsels, was es mit den blauen Triangles auf sich hat, mit den blauen Dreiecken? Vielleicht müssen wir sie im Wald finden oder wir gehen zur Königin. Maybe we should ask if he knows how we can get back to the mushroom kingdom. He might also know. Okay, das wäre natürlich sehr straightforward. Do you know how to get to the mushroom kingdom? I'd say. Ah, 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 ah. It's good that you're typing, because I would make a million typos, because I type too fast and too unclear. So, künstliche Intelligenzen sind meistens ziemlich schlecht darin, Games zu designen. Sie bekommen bestimmt irgendeine Aufgabe, wenn wir danach fragen, aber sie zu erfüllen wird schwierig. Okay, also er weiß schon mal Bescheid, er nickt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Yeah, he nods, yes, I can take you there, but first I must warn you, the journey will be dangerous and filled with peril. Are you ready for the challenge? Uh, seid ihr bereit für diese Challenge? Oh, we've got it, always a one person shaking their head, okay, and everyone nodding, okay. The thing is, why is he like joining us on this journey, if it's so like perilous? Ja, das ist schon ein bisschen so, ich meine, das ist schon nett, dass er uns das zeigt, aber, also wir könnten auch fragen, warum er uns nicht einfach den Weg sagt. Like, oh, you can just tell us where to go. Aber er ist auch nicht so nett, oder? No. Das ist ja eigentlich... I mean, to be fair, I would like to take the Wizard of Candy along, like, he has a full, like, he has a full candy outfit, I think that's pretty cool. Ja. Ich frage trotzdem mal, ob er nicht noch irgendwie andere Dinge zu tun hat. Aren't you busy? Don't you have better things to do? Oh, yeah. We also want to know how he's heard of us. Ah, ja. Passt das in diese Frage noch rein? No, I think we should do like one question at a time, because otherwise it's going to get mangled. Okay, dann fragen wir zuerst, wo er gehört hat von uns. Why? Where? Where have you heard about us? Or who has told you about us? Ah, I think that's easier. Vielleicht war es ja die Königin. I really like the chat function, because I just remember, like, chat, AI Dungeon, like, right at the beginning. And that was, like, very basic, like, it did its job, but I like the different modes it has now. Das ist auch, das ist jetzt noch so die komplett normale Version, links oben sieht man ja so einen Energiebalken und man kann bessere Optionen freischalten, also die bessere Bildgenerierung, die dann auch wirklich gut funktioniert und bessere Texterkennung und solche Sachen, das kostet dann immer die ganze Zeit. Aber ich finde auch so ist es schon ganz witzig. Ah, continue. Yes. Sorry. Es ist auch schön, wie immer erst so ein Stück Text kommt, weil er im Hintergrund eigentlich noch viel länger überlegen muss. Das ist ungefähr wie wir euch fragen, da dauert es immer kurz noch einen Moment, da müssen wir noch ein bisschen reden und dann kommt eine Antwort. The Queen herself has sent me a message. She has heard about your bravery and curiosity and she wishes to offer you an award for your bravery and curiosity. Are you willing to accept her offer? This guy wants a whole lot from us. Like. I also, yeah, I also don't feel like it's that brave to eat a triangle, but what brave deeds have I done? Ja, wir sind ein Plumber, also dann, wir haben bestimmt viele Haushalte schon gerettet. Yeah, but like, I wouldn't know if there's like concrete instances of it. Like, I'm sure you can tell us, because we also, I feel like we've got Amnesia, like us playing the Plumber. Ah. I don't know much about him. I want to know the backstory. Also spätestens jetzt, nachdem wir diese Reise angetreten haben, haben wir unser Gedächtnis verloren. Yeah. Ja, aber, also ich bin trotzdem gespannt, was ist das, das Angebot von dem, äh, nicht das Angebot, und das ist eine Art von Geschenk oder sowas. Ja. Mal schiebt es jetzt hier rüber. No. Me. Oh, no, it started. Well. Aha. It's a me. No, it's for all, it's a me. Nee, in Französisch. Je suis me. No, wait, that's not how it works. Oh Gott. Oh. What record does the Queen have for, reward does the Queen have for us, you ask the Wizard of Candy? He leans in and whispers, she has promised to grant you a wish, anything your heart desires. Okay, dann, ja. Maybe to return to the Mushroom Kingdom? Ja, vielleicht ist das der Nevi, vielleicht probierst du uns das zu erzählen. Na gut, dann. Du willst noch mehr wissen? Okay. Yeah, I want him to join us on the journey. Ja. Ja, aber davon allein, wie da drauf kommt, ich glaube, der führt jetzt noch ein bisschen aus, was das sein könnte. Oh, you feel a surge of excitement at the thought of receiving such a powerful gift. You will nod your head eagerly, ready to embark on the journey to the Mushroom Kingdom and discover what lies beyond. Okay. And now I want to say, will you join me on this journey? Ja. Also, wenn der Zuckerzauberer jetzt mit uns kommt auf unsere Reise, das wäre schon mal ein guter Gewinn. Er soll auf jeden Fall mal voranlaufen, damit wir irgendwo hinkommen, wo es weitergeht. Hoping that he will accept your request, he nods and says... Boah, die KI macht das aber auch spannend. I really like the continue thing, because I didn't realize that, like, I hadn't said something new and it just continued. I am always up for a good adventure, especially one that leads me to my next candy treat. Are you ready to set up a set off on this journey? Ja, das ist doch bestimmt das dritte Mal, dass er das jetzt fragt. Haben wir schon Ja geantwortet? We have not. We've just been asking him things. Okay, aber wir sagen Ja natürlich, ne? Klar. Oui. Oh. Jetzt traust du dir aber was. Aha. Oh. Oh, okay. Hey, you reply eagerly, ready to embark on this new adventure with the Wizard of Candy. He takes your hand and leads you towards the entrance of the castle, where a portal opens up before you. Can we click continue on this, because I want to hear more about this. Ja, 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 ja. Also, wie geht's weiter? Es ist auch interessant, dass du uns an der Hand direkt so nimmst. So, komm mit mir. Aber es ist ja auch der Zuckerzauberer. Ja. Er scheint sehr süß zu sein. You step through the portal and find yourself in a lush forest filled with candy trees and candy flowers. The air is filled with a sweet scent of candy and the sound of candy being eaten can be heard in the distance. What? Like. Du nimmst das sehr ernst mit Candy auf jeden Fall. So you've got like people like licking lollipops. You've got like someone chomping into like. Ja. Hmm. Finde ich gut. Also, es sind auch alle Sinne. Haut das Sinn? Ja, I think so. Wir riechen, wir sehen, wir hören. Geschmeckt haben wir schon. Boah, das sind fünf Sinne, oder? Hast du vergessen? Have we tasted it? I don't think we've tasted it yet. Because you told me I couldn't like the walls. Ja, ach so. Nun. Ja, das haben wir jetzt vergessen. Sorry. It's okay. Okay. What do we want to do next? Ja, das war nicht. Also, ich würde nochmal kontinuer drücken. Okay. Vielleicht sagt der uns jetzt, also, der leitet uns doch jetzt gerade an. Der muss doch sagen, wo es lang geht. Ja, sonst sind wir ein bisschen lost. That's true. Lost, but it's all in Candyland. The Wizard of Candy leads you through the forest, pointing at various candy treasures and explaining the history behind each one. Okay, ich möchte ein Mystery hören. Yeah, that's a good question. I am also wondering that. Eating. Wait. Who is eating the candy so loudly in the distance? Oh Gott. Dann sind das irgendwelche riesige Zuckerinsekten. It's just some very hungry children, I think. Ach, das wäre gruselig. So eine Armada von Kindern, die alle auf einer Wiese stehen und einfach Süßigkeiten essen. Ja. So mit so richtig scharfen Zähnen. Okay. That is the candy kingdom's famous candy factory, where all the candy is made. It is a place where sweet treats are created by the hands of candy workers and brought to the surface. But why are they eating them at the factory? It is plötzlich sehr düster geworden. Oh, I want to know what the candy workers look like. Ja, lass uns die Candy worker befreien. Yes. Die graben dann nach Süßigkeiten, die in einer Fabrik hergestellt werden. Okay, I want to liberate the candy workers now. Revolution. Aber dürfen wir ihm das sagen? Er ist der Zuckerzauberer. We've said it now. Guck mal, wer das so findet. Der findet auch alles lustig. I think he just really likes us. Er sagt jetzt bestimmt sowas wie, die sind schon längst frei. Yeah. Die machen das alle freiwillig. I'm afraid that may not be possible, my friend. And the candy kingdom is a place of tradition and routine, where candy workers are treated with respect and care. Yeah, I also feel like someone, maybe we need to unionize them. Ich meine, wir verlieren so ein bisschen den Pfad, aber ich würde schon gern hinlaufen. So, do we want to, do we want to go and look at the candy factory and potentially liberate the candy workers or do we want to follow the tracks to the mushroom kingdom? Okay, I see a head shake at that and a nod at the liberation. Okay, we've got a head shake at the liberation. Okay. Okay. Es wird zu kompliziert. Aber dafür haben wir doch eine AI, die kann das fixen für uns. Ich bin mir sicher, die macht das sehr einfach. Maybe we need to ask, if we were to hypothetically do this, how would we do this? Uh, du trickst die KI aus. Yeah, I'm playing mind games with AI. Yeah. What are we thinking? Because we don't have to do it. We can just figure out if there's a plan. Ja, okay, das sieht besser aus. Genau. Ob das funktioniert? Ich bin sehr gespannt. Ich könnte, also, wenn der Zuckerzauberer ein bisschen klug ist, dann sagt er, ich durchschaue deinen Plan. Ja. Aber ich meine, bisher lacht er halt bei jeder Frage und beantwortet sie uns und nimmt uns bei der Hand und tut uns durch Portale ziehen. Es scheint schon sehr quirky, witziger, witziger Charakter zu sein. Yeah, we also have the request to ask to talk to the workers from chat. Ah, okay. Yeah, you ask the wizard of candy curious about the best way to make a difference in this world of candy. Mhm. Yeah, I'm excited for what's gonna happen here. Überhaupt nicht auffällig. He thinks for a moment before saying. Oh, es bleibt, es bleibt wirklich spannend. I'm a bit concerned now. Dass die ganzen politischen Systeme wären da im Hintergrund gerade durchgegangen. Was könnte, wie könnte das funktionieren? Was passiert da? Die Traditionen auflösen. Oh, perhaps if you were to convince the candy workers to join you, they might be willing to help you. That is not an answer. Nee, nicht wirklich. Ja, aber die kommen dann halt einfach mit und dann sind sie ja frei. Okay. Man muss ihnen ein gutes Abenteuer bieten. So that way, I'm gonna, I don't think he's done talking. I think we should do one more. Ja, vielleicht. Ist da noch nicht fertig mit der Zähne. Das Problem ist komplexer. Maybe we need to go to them and be like, hey, you want to come along to the mushroom kingdom? Weil da... We need more candy there. Nee, wir brauchen mehr Mushrooms, die aus der Erde gegraben werden müssen und die in Fabriken bearbeitet werden. Okay, he said, or you could try to sneak into the factory and free the workers from their cages. Es sind sehr große Käfige. Man sieht das gar nicht. Die Käfige sind eigentlich wie die Wohnung, die wir hier haben. Free range candy workers. I'm really sorry, but I think we have to go free the candy workers now. So, like, if they are in their cages, um... Was macht der Zuckerzauberer denn? Frag doch mal, ob der Zuckerzauberer irgendwelche coolen Fähigkeiten hat. Ja. Das wäre doch, also... So, so, keine Ahnung, welche magischen Tricks kann er denn so? Ja, das klingt doch super. Oh, great, Wizard. We need to be a bit smarmy. Ein bisschen schleimig. Okay, aber warum nicht? To be fair, this also sounds kind of sarcastically, like, oh, do you have any great spells to free the workers? Oh, great candy, Wizard. Yeah, hoping that he has some magical tricks that could help you achieve your goal. Come on, Wizard, don't let us down. Oh, God. He nods and says... I'm really sorry, I'm still hung up on the cages. Like, the cages, that really scared me. Aber vielleicht lesen wir das auch einfach nur falsch. Oh, I do indeed. There is a spell that can break down the cages and free the workers, but it is a dangerous spell to use, and you must be careful not to accidentally set this factory on fire. Oh, maybe he can teach us the spell. Das, ja, weil wir sind definitiv viel vorsichtiger als der Zauberer, der das schon jahrelang trainiert hört. Okay, fine. Maybe we can ask him if you will help us break down the cages. Ja. And then we can go. Aha. Ich meine, er hat gesagt, es ist nobel, also kann er sich jetzt nicht hinstellen und sagen, na ja, dann machen wir halt lieber nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, so auf einem deutschen Twitch-Kanal ist okay, glaube ich. Das kann man so bestimmt sagen. Ah, ja, wir können uns irgendwie so durch den Eingang zwängen, den normale Leute nicht betreten können. I will do my best to help you, but be warned, this spell is not without its risks. Are you ready to embark on this dangerous journey to free the candy kingdoms, candy workers from their cages? Ja. Ich würde sagen, wir sehen direkt in der Nähe, ist so eine Art Gully-Deckel irgendwie, den kennen wir, weil wir sind halt ein Plumber. Ja. Und den benutzen wir, um da reinzukommen. Okay. Nodding in agreement. We open up the manhole cover right next to us. Praktisch. Leading to the candy factory. We jump on down. Das dauert ein bisschen länger irgendwie. Chad hat gefragt, ob wir zu den Workern reden können und wir müssen erst mal da hinkommen. Das stehen ja noch vor. Ja, das war, ich glaube, ich habe das vorhin schon erwähnt, dass wir das machen. Alright, let's go. Oh Gott. Ob wir das jetzt noch schaffen, das wird jetzt unsere Aufgabe. Vielleicht kommen wir nicht mehr nach Hause, aber wir befreien es mindestens die Leute in dieser Factory. Wir opfern uns dann einfach selbst. Sehr gut. So, was machen wir jetzt? What are we gonna do? Ja. Okay. Vielleicht sagen wir den Workern noch vorher Bescheid, dass sie ein bisschen aufpassen sollen, wenn es so gefährlich ist. Workers, be careful. Oder wir schauen uns um. Oh ja. Wir können das mit dem Bild noch mal probieren. Vielleicht klappt das jetzt besser. The room in the room where the candy workers are kept in cages. Yeah, okay. I'm concerned. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh, okay. Well. Ja, es ist zu düster. Wir können leider nichts sehen. Wir brauchen eine Fackel oder sowas. I look. No. We, because now we have the wizard with us. Oh, das stimmt. Ja. But the other time it didn't work, it was not that good nonetheless. Lass uns nicht drüber nachdenken. Die KI hat das auch nicht getan. I think the AI talks to us with you, because it's like telling us what we're doing, but we say we and I, because that's what the actions we are doing. Ne, du redest gerade. Okay, oh, say it right, that is true. Yes, thank you. Sorry, it is late. Where the candy workers are kept in cages. Gut, gut. Das ist auch schon mal so, in früheren Textadventuren, das hat genauso funktioniert. Man ist in irgendeinen neuen Raum reingegangen. Das erste, was man eingetippt hat, war look around. Ja. Erst mal eine Beschreibung bekommen. Wie sieht denn es hier aus? Was gibt es denn hier alles? The room is filled with rows of cages, each containing a different type of candy worker. Oh, es gibt verschiedene. There's different types, oh. Also, aber wie unterschiedlich? Sind das unterschiedliche Personen, also Arten von Kreatoren, die da drin sind? Some are young and playful, while others are old and wise. You see, the workers staring at you in suspicion, unsure of what to make of your presence in their midst. Do we want to say, don't worry. I am here to save you. Hello, I am your savior. Oder habt ihr einen anderen Spruch? Wie wollt ihr euch vorstellen? Oh, c'est moi. C'est moi, your savior. Ja, das klingt sehr gut. Oh, wait. Not C-sharp? Two? No, your savior. Ich weiß nicht, ob wir das auf Französisch durchhalten. Wait. Okay. No, I did a British savior. Oh. I'm too American for this. Mal gucken, was passiert. Wir wissen nicht, ob es Wachen gibt, ne? You declare to the candy workers, hoping to gain their trust. Das scheint ziemlich gut. This is great. They stare at you in shock, unsure of what to make of your words. One of the workers steps forward and says, who are you? What are you doing here? Das haben wir doch gerade gesagt, der hat ja nicht zugehört. I am a plumber from France. This is the candy wizard and we are going to save you. We are really easy. Das ist doch ganz klar. Also, ich weiß ja nicht, wie das da normalerweise funktioniert. Also, welche Sachen man so als Plumber zu reparieren hat im Candy oder im Mushroom Kingdom. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch einfach mit der Job Description nichts anzufangen wissen. Das sind ja auch sehr unterschiedliche Arten von Leuten drin, ne? Deswegen muss man es manchmal öfters erklären. They look at each other nervously, unsure what to make of your words. Oh, one of the workers steps forward and says... Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Dann kommt der Nächste. Yeah, like, I really don't know who you are. Please, do tell me. Ja, aber dann, auch in Angesicht der Zeit, würde ich sagen, soll der Zauberer einfach mal seinen Spell abschießen. Oh, we don't want to help you. We are happy in our cages. We don't want to cause trouble. Oh. Nein. Oh, jetzt noch so ein dramatischer. So ein dramatischer Twist jetzt noch am Ende. Or do we say something or do we see what the AI wants us to say? Ne, das müssen schon wir machen. Das ist ja unser Spiel. Ja, was machen wir jetzt? What are we thinking? Was wollt ihr tun? Die wollen nicht gerettet werden, aber die sind halt da in Käfigchen gefangen. Das ist doch nicht schön. Was können wir tun? Sie trotzdem retten oder lassen wir sie da? Ich weiß besser, ich weiß besser, ich weiß besser, ich weiß was besser ist für dich. Wir retten dich. Wir retten dich. Oder Fireball. Oh ja, ask the others, that's a good idea. Ask the other workers, if they agree. Ja. Ja, do we want to do that? Nice. Ja, okay, warum nicht? Ich meine, er sagt da zwar wir. Ja. Man könnte vermuten, die hätten sie schon besprochen, aber klar, es gibt halt immer diese eine Person, die dann so nach vorne tritt. Das muss ja nicht die Meinung aller anderen sein. Jetzt wird es doch noch ein bisschen politisch. Auch nochmal Hinweis an den Chat hier. Jetzt sind wir beim Reden mit den Workern. Bringt euch ein, schreibt eure Fragen, was wir tun sollen. Das klingt gut. Ja. Noch so ein bisschen Zwietracht sehen. Time to split up a candy factory. Es muss doch jemand geben, der gerettet werden möchte. Die schauen sich immer an und dann redet nur einer. Vielleicht können die auch so telepathisch miteinander kommunizieren. Maybe. Kann ja auch sein. Also nicht, dass wir da jetzt gleich irgendwie so einen Cage-Fight lostreten. Cage-Fight. Let's go. Ja, und weißt du, wer da noch dazukommt? The Wizard. Nick. Nick? Nick Cage. Oh. It's too late. I don't know about the others, but I've been here for years and I don't want to leave. I like it here in my cage. Was? Okay, I don't think they want to be saved. And maybe we need to get home to the Mushroom Kingdom. Okay, aber wir könnten fragen, ob wir sie retten sollen, damit sie in einem wesentlich schöneren Käfig im Mushroom Kingdom arbeiten können. Wäre das so ein Mittelweg? What if we're like, if anyone wants to join us, we're going to the Mushroom Kingdom now. Ja, ich meine, wir können das ja einfach so offen lassen für dich. Das klingt schon sehr nett. Ja. Ist auch so schön, wie wir da einfach einmarschieren können in diese Fabrikhalle da. Es ist gut, dass die KI nicht über Wachen nachdenkt. Aber braucht sie anscheinend nicht, wenn die da alle dableiben wollen. Der Zuckerzauberer hat auf jeden Fall nicht übertrieben, als er sagte, da geht es um Tradition. Die machen das schon immer so. Ja, weil wir haben gerade eine Frage im Twitch-Chat bekommen, um sie zu fragen, warum sie in einem Käfig leben leben. Ja. Um, you ask the candy workers, hoping to convince them to come with you. Mm-hmm. Oh, the workers look at each other, considering your offer. Finally, one of them speaks up. I'll come with you, she said. Stepping forward and climbing out of her cage. What kind of a cage is it, if she can get out? What? Nun, sie lieben ja offensichtlich ihren Käfig, also. Okay. I want to know her name. Ja, frag mal. Awesome. What is your name? Oh, sehr gut. I love that she can just get out of her cage. Like, what? Wenigstens eine Person bekommen, bekommen wir befreit. Oh, Lily. And she introduces the other candy workers. Lily, we gotta go. Ja. Aber wie viele sind das denn? Was kommt denn jetzt? Eine riesige Liste von Namen? Yeah, I just want, like, this long list of names. Das hier drüben. Und das hier drüben. Wait. They seem hesitant at first, but after some coaxing, they begin to warm up to you. You lead them out of the factory and into a new life as free candy workers in the mushroom kingdom. What? Yay. Woo. Cool. Ja. Das war einfach. So the secret was to just ask for names. And maybe not be like, hello, I know what's best for you. Ja, das ist so eine richtige Moral, diese Geschichte. Wir wurden am Anfang gefragt, wer wir sind. Wir sagen kein Name, sondern einfach nur Plumber. Ja, auch der Zuckerzauberer hat nicht wirklich einen Namen. Ja. Und die erste Chance, die wir haben. Nein, aber sie haben jetzt einen Namen bekommen und wenn man einen Namen hat, bedeutet das, man hat Individualität und die Individualität befreit von der Masse. Viva la revolution. Wonderful. Wollen wir es nochmal mit einem Bild probieren? So zum Schluss? Yes. Irgendwie, wir drehen uns um und haben nochmal einen Blick auf die Factory oder das ist zu lang. No, I think we're in the Mushroom Kingdom. Maybe we're candy workers in the Mushroom Kingdom. Ja, das klingt gut. Ja. So als Schlussbild. Mushroom Kingdom. Da kann auch nichts schief bei gehen, oder? Nun gut. Wir stellen uns vor unserem Innenauge vor, dass wir in diesem Pilzreich stehen. Es gibt immer noch diese blauen Dreiecke in der Luft. Wir wissen nicht so richtig, woher. Aber aus einem dieser blauen Dreiecke öffnet sich ein Portal. Wir kommen da heraus mit diesen ganzen Candy Workern, die extremst überrascht sind, dass hier alles nicht mehr so richtig süß ist, sondern eher earthy. Ja. Wir haben dieses wunderbare mental image in front of uns, of us stepping out into the Mushroom Kingdom, where there are still blue triangles floating about everywhere, und dieses legion of freed candy workers, who, well, now are no longer in a sweet world, but in a much more earthy one, full of mushrooms. Oh, pleasure. Wonderful. Thank you so very much to everyone who participated. You did a wonderful job. That was so much fun. And also, thank you to everyone who has been joining us throughout the week, and who has also regularly come to our evening shows, and to all our program points, to be honest. Especially here up front, because we obviously can't see all the wonderful faces of our viewers online, so it is all the nicer to have loads of familiar and friendly faces here. We've got a... Are we streaming via Finissage? I don't think we are. I don't think we are. I'm not sure. Or do we do that yet? There may potentially be a program point after this. We do not know. That will be the ending of our show, of our festival in its entirety, the Finissage, where we will just be looking back at the time that has passed this past week. If that is not going to be streamed, we would like to say thank you so much to everyone who has joined us throughout this week, on site, online, in Topia as well. It has been a lovely time, and it has been such a wonderful time exploring the topic of soap opera with all of you. Yeah, I found it also fantastic with you. Virtuell einfach weiter, ansonsten sehen wir uns im nächsten Jahr. See you all, either later or next year. Bye, bye. Have a good night. Bye. 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 Bye.